Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island Und wir sind im nächsten Halfway Castle von Welt 2 Boohoo's Festung Ich glaub die war auch recht einfach, wenn ich mich richtig entsinne Ist hier was? Nein Okay, weiter geht's Oh, wir haben bunte Eier dabei, vom letzten Mal noch, okay Hm, ein Switch Soll ich den? Ich aktiviere ihn einfach mal Ah, achso, der aktiviert noch das, okay Blume mitnehmen, okay Münzen, Münzen, die sehen rot aus, oh Gott Du versteckst nicht eine Münze Rote Münzen, oh mein Gott, oh mein Gott Okay, hier ist nichts Okay, das führt also wirklich nur da rüber, okay Und komm du mal hierher So, zack Nein, okay, die war auch mal unterhand, das ist hier lame Machen die Münzen rote und dann ist es dann nicht mal eine richtige rote Münze Was soll denn da? Das will auch kein Mensch singen Und das ist das Telefon, juhu Ich muss mal eben pausieren Okay, das war der Pizzaservice, der mir gesagt hat, dass meine Pizza ungefähr in anderen Stunden kommen wird Zack Bumm und Treppe Richtig Woher wusste ich das nicht? Was? Gut, dann brauchen wir diese Eier hier, nehme ich mal an Sonst würden sie da nicht liegen Schieben das hier mal weg Okay, da kommen wir so nicht ran Dann holen wir erst mal Die rote Münze holen wir erst mal, die hier unten ist Die empfinde ich momentan als wichtiger So Sack Oder als Naja, ich empfinde, ich hab sie erst mal mitgenommen Bevor ich sie vergesse So, rote Münze Nein, jetzt bin ich runtergefallen Komm, ich will diese rote Münze Nein Egal, die kriege ich auch nicht so Okay Nice Da sind die freundlichen Gesichter wieder aus dem Wald Aus dem grinsenden Wald Okay, abschießen Blümchen Ähm, soll ich dich schon aktivieren? Ich weiß nicht Nein Scheiße Noch mal von vorne Aber Von ganz vorne Ja, von ganz vorne Man Und cool Wie hat Funk Royale den Yoshi genannt? Äh Cabri-Sohn-Yoshi Genau, das ist der Cabri-Sohn-Yoshi So Hier war keine rote Münze Deswegen wollte ich auch nicht So Ähm Kann ich die so anschlecken? Nein Zack, zack Und rein So, wir spielen mit dem Cabri-Sohn-Yoshi Hohohohoho Ist ja nicht süß So Bei mir Äh, ich hab kein Ei Muss ich vielleicht hier rein? Gibt's hier Eier? Ah, okay Vier Stück Ist hier was? Warum gibt's denn die das Ding? Das macht mich immer ganz Nein Egal, ich hab hier nur 10 Nein Ja, was ist denn das? So, 2 Egal, das regeneriert sich wieder Von alleine Das ist nicht so schlimm Nein Wollen wir den da runter? Zack Treppe Sehr schön Gut Und hier Ich will Dieses Das Ding Stell ich noch mal Lieber zur Sicherheit hin So Einen Schlüssel brauchen wir auch noch Okay Mann Dreck So Dich nehmen wir mit Auf dich pfeifen wir Und Dich nehmen wir mit Jawohl Zack Und Die Die Sehr schön Okay Alles klar Dann check ich erstmal auf Wo hier was ist Also hier sind Freue Eier Check muss ich den mittleren Weg Sieht so aus Okay Alles klar Dann tippen wir mal wieder hier hoch Oder muss ich da irgendwie hoch? Ich danke, da komm ich auch so hoch, oder? Ne So komme ich denn da nicht so hoch. Egal, so. Okay, hier lang. Und... Ja, wollt. Und der Schlüssel. Okay, das ist nice. Gehen wir mit dem Schlüssel erstmal die Tür aufmachen und gucken, was dahinter ist. Oder? Wir kommen doch auch bestimmt so nochmal dahin. Ich gehe erstmal gucken. Zack. Ich hoffe es zumindest, dass wir... Ich will nämlich die Blume und den Safe-Point da haben. Ja, so. Wir kommen doch nochmal. Nein! Damn it! Uncool! Nochmal. Zack, zack. Hier lang. Rumpf. Plopp! Ohohoho. Mein Freund. Nein! Nein! Okay, das geht eindeutig nicht. Okay. Dann nehme ich an, müssen wir doch... In die Tür. Mit dem Schlüsseler. So, hüpf und... Prrk! Was gibt es hier denn hier? Roter Münzen, wie es aussieht. Zack, zwei Stück. Zack. Ah, die will ich auch haben. Wieso kann ich die nicht wegschleppen? So was stört mich immer. Zack. Ja, egal. Das wäre keine roten. Nein! Okay, komm her. Baah, war das klar So 16, 2, okay Und jetzt hier Da haben wir die Kiste Was? Wieso steht die Kiste denn da nicht mehr? Okay, aber das wäre jetzt auch sinnlos Da hinzugehen Dadurch wird das auch nicht besser Ey Oh cool, das habt ihr gesehen Ich weiß, das war Skill Skill Shot, meine Freunde Ach, jetzt weiß ich, was ich machen muss Okay, ich hab's verplant Schlecht Oh mein Gott So, jetzt weiß ich nämlich So, wir müssen hier hoch Wieder, so Geh rein Und jetzt können wir diese Kiste nochmal kaputt machen, wenn wir wollen Da ist allerdings nichts mehr drin So, und jetzt müssen wir dieses Ding hier benutzen Und hier rüber springen Ganz easy Haha Und alle Gegner werden zu Sternchen Geh weg Oh mein Gott, scheiße, nein Ich hab nicht mehr vor Oh So, oh ja Geh weg, geh weg Komm Und du auch Und ja, weiter geht's Oh Gott Oh Gott, oh yeah Weiter Nein Nein Es ist ein Bug-Level Oh nein Oh cool Das muss ich Nein Jetzt gehst du wieder zurück Toll Und wieder ein Wupps Das sieht jetzt wieder ganz komisch aus Zack Das ist ein Leben Ein Leben, ein Leben Brauche ich ja auch Oh mein Gott Oh mein Gott Oh ja So Fahre 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 Ein großer Buhu Das war Xfire Ja Irgendwas hat mich angeschrieben So Was haben wir hier Ein Ei Und da oben sind noch mehr Eier Ganz viele Eier Oh mein Gott Oh Wacke Habe ich Ich habe alle Münzen glaube ich, oder Ja, alle roten Münzen Fehlen mir nur noch Zack Da oben kommen wir rein Das führt uns Da zu dieser Tür Und das war schon wieder Xfire Ja, was Irgendjemand Will mir was erzählen Okay Ich mache jetzt mal eine Pause Das geht so nicht weiter So Erneut Entschuldigung Für die Unterbrechung Also Ein Freund Wollte mir unbedingt was senden Ein Spiel Das ich LP'n soll Vielleicht werde ich das tun Vielleicht werde ich es nicht tun Schauen wir mal Das hört sich super an Okay Hier ist irgendwie nichts Oh mein Gott Eine Blume Eine Blume Gib mir die Blume Was Oh Gott Kann ich euch fressen? Ne Was soll ich denn da oben ran kommen? Wo ist der A? Okay Ah nein 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 Toll So geht's erst Kann ich hier rein? Nein Kann ich irgendwas anderes machen? Nein Also bin ich hier vollkommen fehl am Platz Klasse Gehen wir wieder raus Okay So jetzt haben wir 4 von 5 Blumen Okay Oder haben wir dann wenigstens noch 20 Sternen links von uns Oh zum Glück Das wäre sonst krass Würde ich Schreien würde ich da Würde ich hier sitzen Würde ich da machen Aber das geht ja auch gar nicht weiter Oder? Was soll ich denn jetzt tun? Ich bin mal wieder verwirrt Toll Verwirrung Pur Ach hier war ja noch nützlich Stimmt ja Wo sind wir hier ran? Sieht wohl ganz so aus Ah okay Vielleicht brauche ich den 20 Sternen doch nicht Ich lasse dann gibt es ja mal 2 davon So Hier die ersten Versuche einer 3D Ich bin mal wieder